Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Der kleine Robert hat sich wieder mal in die Hose gepinkelt. Da auf ihn kommt seine Oma und schimpft ihn furchtbar aus. Und sie sagt zu ihm, wenn du das noch malnachst, schneide dir deinen Pipi, macht's ab! Ja, Robert fangt furchtbar zum Weinen an. Und sein Freund sagt, du, das ist nicht so schlimm, ich hab das bei meiner Schwester gesehen, schaut eigentlich eh gut aus. Der Montagswitz.